Und er hat auch ganz viele, leider, schlimme Stationen in seinem Leben gehabt, man hat in die Flügel gestützt, das wächst schon ein bisschen nach, ihm fielen zwei Finger von der Kralle. Und es hat lange gedauert, dass er überhaupt Vertrauen zu Menschen fasst. Also bei Männern ist er sofort Papa, weil er wurde wohl vom Mann aufgezogen und gefüttert, aber bei Kindern und Frauen war er sehr, sehr aggressiv. Und jetzt gewinnt er Vertrauen und merkt einfach, dass ihm keiner was tut. Wo hast du ihn her? Ein Züchter hatte ihm ganz, ganz günstig so eine Hilfeschreie, so nach dem Motto abzugeben, weil er wohl seine Frau angegriffen hat, seinen Sohn angegriffen hat, seine anderen Vögel angegriffen. Und er schreit ja unglaublich laut und sagt, ich verliere meine Wohnung, ich muss hier irgendwann ausziehen. Und er hat aber gleich zu mir im Telefon gesagt, wenn Sie keinen Mann im Haus haben, schminken Sie es ab, der Vogel, der wird sie vernichten. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, der ist so cool, ich fahre jetzt da hin und der kam mir gleich auf die Hand. Und da war... Deine männliche Seite. Ich weiß nicht, dass es war. Er akzeptiert mich echt als Kumpel. Ja, wir sind Freunde. Und das Schöne ist jetzt schönes Wetter, der kann den ganzen Tag draußen im Garten rumhüpfen und er will halt rein. Wenn er Angst hat, möchte er rein. Also kein Käfig, er hat einen Hochsitz und er kann auch wirklich machen, was er will. Und ich habe auch schon mal versucht, ihn mir mit so ein paar Propagalen, die aus der Nähe, irgendwie so zu verkuppeln, aber die will er nicht. Alleinherrscher. Ja, Alleinherrscher. Ja, du bist der kleine König hier. So. Na, bei ihm geht es gut hier und das ist das Wichtigste. Es ist halt schade, er hat viele Stationen schon. Es ist halt immer so ein Vogel, macht halt Arbeit oder ist laut oder keine Ahnung, dann gibt man ihn halt weg. Und das finde ich jetzt sehr traurig. Das ist bei meinen Hunden leider der gleiche Fall und ich möchte ihn einfach jedem schönes Leben ermöglichen.